2, 1, 0, okay, los geht's. Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu, äh, was ist das? Minekraft Smash mit Usaft und den Endergames. Und die Lea. Das bin ich, ich bin die Endergames. Leute, es sind mir nur zu dritt, nicht zu viert, weil wir niemanden gefunden haben. Wir haben keinen Freund. So traurig. Ich hab den Shader an. Und dadurch kann ich... Boom! Du brennst, Usaft. Das war richtig knapp. Ich hab einfach den... Nein! Oh, hast du Sinn, wie er mich gerettet hat? Entschuldigung, Usaft, aber... Was hat Delay gemacht? Der wäre fast runtergefallen, ich hab ihn einmal gehauen. Okay, okay. Ich hab hauptsächlich explosive Sachen eingestellt. Bedeutet, wir werden Spaß haben. Okay. Und Delay hat überlebt, das macht mich traurig. Nein, hab ich nicht. Ich bin tot. Bin nur so weit geflogen, ich komme noch ein bisschen in die Luft halten. Oh, es hat sie weg. Geh da raus, geh da raus. Oh, oh, oh. Mann, ich war der... Ich war der erste Rocket Launcher. Usaft, er fliegt. Und fällt. Ach, verdammt, Usaft, warum lebst du noch? Warum, warum hab ich so viel Schaden bekommen? Ja, ich hab einen Raketenwerfer auf dich geschossen. Ja, ich hab nur... Oh, ist niemand in meine Singularität hineingeraten? Doch, warte, wo ist sie? Ich spring rein, ich spring rein. Oh, sie ist weg. Do it. Usaft, bitte stirb doch. Ja, Moment. Ich bin knapp hinter Delay. Okay. Nein! Oh, nein! Oh, da, du. Wenn du dich mit mir anlegst, dann wirst du es bereuen. Ich will es nicht bereuen. Denn ich bin böse. Warum ist Delay böse? Früher war er lieb, da hat er mich nicht getötet. Ja, bevor du mich getötet hast. Ich hab dich nicht getötet, das war meine Hand. Nein, nein, nein. Dann hast du deine Hand und die ist ein Teil von dir. Soll ich sie abschneiden? Ja, bitte. Oh, fast getroffen. Ja, ganz knapp. Schneid deine Hand ab und spende sie. Okay. Das finde ich gut. Und als Organspende? Ja, sag ein vorbildlicher YouTuber. Es gibt bestimmt viele Leute, die eine Hand brauchen. Die schon Endergames erprobt. Vor allem die alten Kapitäne, du. Die brauchen alle. Die Piraten. Ja, ich trainier sie täglich mit Usu. Oh Gott, Usaft, lass mich los. Was ist das? Du darfst mich nicht einfach... Ey, warum? Warum? Er hat einen Smasher benutzt. Ja. Er hat einen Smasher benutzt, ja. Wie overpowered ist das denn? Warum bin ich der Einzige, der hier stirbt? Ich bin auch schon gestorben. Er ist doch auch gestorben. Achso. Oh. Boah, Alter, es laggt gerade bei mir. Ich sehe... Ja, Hacker. Habe ich die weggeworfen? Ja, in die Lava. In die Lava. Alter. Nein. Nimm nicht das Item. Oh Gott. Die explodiert gleich. Delay. Bleib da. Aber die hat einen kleinen Delay. Alter, es laggt bei mir jedes Mal, wenn die irgendwas explodiert. Achso, bei mir laggt es nicht. Das ist nicht. Achso, technisch. Oh nein. Oh nein. Nee, nee. Im Spiel. Das hast du sowas von verdient. Aua. Oh, meine Blume ist alle. Willst du wohl endlich sterben? Nein. Ich hänge an meinem Leben. Willst du? Ich merke das schon, aber... So lange kein Grund zu überleben. Oh, WTF, mein Monster-Ei. Guck, das gewachsen ist. Gott, Alter, was geht denn hier ab? Delay, hinter dir. Nein. Ich wollte dich gerade aufsammeln. Ich dachte, das wäre... Ja, das werde ich überleben. Und? Hast du es überlebt? Hab ich gerade... Aber sicher. Wo ist Delay? Ich habe es doch angekündigt, dass ich überleben würde. Und ich lüge nicht. Wie konnte ich an dir zweifeln? Wie konnte ich nur? Vergiss es. Hab ich wen angezündet? Ja, mich. Ja. Ich brelle. Alter, über die ganze Map gesnipert war da, du. Oh na... Alter, das ist doch ein Witz, oder? Mein Doppelsprung ist einfach mitten in der Luft. Komm her. Ich habe aufgehört. Oh nein. Singularität. Oh meine. Hab ich getroffen? Nee, nee, nee. Aber fast. Ich hatte Angst, dass du mich noch triffst. Oh Gott. Wir machen die Lab kaputt, Delay. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das gut genug versichert ist. Paketenwerfer. Oh Gott, Delay. Delay ist richtig hoch geflogen. Ja. War nicht so cool. Oh Saft, warum hast du Delay umgebracht? Komm, schweiß. Schweiß. Mach ich auch. Ich glaube, ich habe mich noch selbst... Oh Gott. Die Geräusche. Bist du getötet? Ja, klar. Oh Saft, der Monsterkiller. Ich hasse deine Haustiere. Allesamt. Tja. Nein. Gesniped. Brenne noch. Oh, da gibt es gleich eine Explosion. Jetzt stirb doch endlich mal. Nein. Oh, mein Leben. Ich habe es an mir vorbeiziehen sehen. Nein. Ja. Ich habe überlebt. Endlich. Habe ich dich erwischt? Ja. Gott sei Dank. Nein. Oh nein, nicht schon wieder. Was ist denn? Gespawnt, Dite. Nochmal gestorben? Ja, ich bin einen Schritt gelaufen und bin in ein Loch gefallen. Einmal eins Loch. Nein. Mann, ich wollte noch ins Wasser fallen. Das hat nicht funktioniert. Weil da hat es dich einmal gestorben, oder? Nee. Wie gesagt, ich hänge an meinem Leben. Es ist mir sehr wichtig. Hacker. Das ist dir wichtig. Wo bist du? Ich habe gerade Osa für die Frage. Oh nein, Enderman. Hilfe. Hä? Da war gerade ein Enderman. Hast du mir da faust? Ich habe ihn gerade zu hauen. Ja, ich glaube, ich habe ihn getötet. Ich habe dich gerettet. Jetzt darfst du dich töten. Okay, okay. Warte, ich trage dich mit mir. Warte. Nein, ich werfe dich weg. Krass. Ich habe gedacht, du hasst mich nicht. Ja gut, wenn es so ist, Osaft, dann nehme ich dich mit. Oh, da ist er gestompt. Komm aus dem Loch raus. Nee, irgendwie nicht. Oh. Brennt. Ja, ja. Kann ich mich wegwerfen? Warum nicht? Warum kannst du mich wegwerfen? Komm, wir gehen zu Delay. Wir suchen Delay. Hallo, Delay. Ich habe keinen Ursprung. Nein, nein. Ich muss hier weg. Oh. Ich lebe. Alter, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich will, ich will weiterleben. Warte, ich verkaufe, ich verkaufe nur was. Nein. Sie zerstören mein Restaurant. Sie zerstören mein Restaurant. Was habe ich getan, dass ich das verdient habe? Hast du kein Essen oder sowas eingefügt, Mordat? Nein. Nein. Ich habe nur Peng, Peng, Peng und Gas. Soll ich dann? Oh. Nee. Ich hoffe, das ist dein Tod. Oh, ich habe überlebt. Oh, ja. Ich bin nicht der Verlierer. So, jetzt muss ich nur noch Mordatou fünfmal töten. Ich wüsste nicht, wo das Problem sein sollte. Darf man mittlerweile spectaten? Ja, ne? Ich weiß es nicht. Kannst du jetzt endlich bitte einmal sterben. Bitte ein einziges Mal. Das wäre dich sehr nett. Nein. Nein. Du fliegst doch nicht weg. Ja, hinter mir. Oh, nein. Jetzt. Nein, Delay. Warum? Alter. Warum hast du mich getötet? So, das würde ich dir nie antü... 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 Nee. Außer viermal. Obwohl einmal davon... Das war eine Ausnahme. Das war eine Ausnahme. Oh, es laggt. Oh, wasser. Oh, ist mich noch reingesprungen in deine Scheiß-Singularität. Weißt du was? Ich werfe noch einer rein. Er tötet mich. Es lag. Ich weiß es vor, ich bin ja halt bin tot. Du hattest ein Ist davor. Warum musst du Delay sterben? Nein! Ich bin runtergesprungen, weil ich gedacht habe, du bist tot. Hast du das gedacht? Schade, Maudado. Das Wasser hat mich gerettet. Ja, ich habe es gesehen beim Unterfallen. Das Wasser hat mich gerettet. Okay, Delay reißt es noch rum. Mit meinen Psychotricks hier. Ja, die kenne ich schon. Die haben mich schon... Wow! ...in Syndicate-Games... Das war meine Granate. Hat sie dich erwischt? Nein, natürlich nicht. Ach so. Und deswegen hast du geschrien. Ja, richtig. Aus Überraschung, dass sie dich nicht getroffen hat. Weil nichts passiert ist. Guck mal, Delay. Guck mal. Gucken wir beide da jetzt rum denken? Oh, guck mal, das Wasser fließt jetzt weiter. So, wir haben beide... Ja, gut. Flieg. Was? Sprung. Hast du dich nicht getroffen? Doch, es hat mich... Es war einfach weit entfernt. Oh, oh, oh. Ja. Ja. Leck, 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 leck. Leck. Nein. Leckst du dich auch schon die ganze Zeit? Es leckt jetzt gerade. Ja, ja, es leckt richtig. Die Server stützen ab und zu ab. Nein. Nein. Ab und zu beurte du immer. Immer, ja. Also, dann wäre das ja ein klares Unentschieden jetzt. Nein. Sollte es jetzt... Ich will nicht, dass es Unentschieden ist. Och, nee. Ja, ich hätte dich nur locker besiegt. Ja, ich weiß. Gott sei Dank ist es jetzt ein Unentschieden. Oh, guck mal, ich kann fliegen. Hacker. Ja, World for Bun. Also, ich report jetzt die Ley, weil er fliegen kann. Äh. Hoffentlich wieder gebannt. Okay, gut, dann würde ich sagen, hängen wir noch eine Runde hinten dran. Das ist jetzt schade, dass es hier so geendet ist. Aber bis gleich. So, das ist die zweite Runde. Wir spielen auf einer kleineren Map mit drei Leben. Und werden in einem Garten spielen. Und guck mal, Ursat, was für ein schöner Baum. Ach ja. Nein. Was ein schöner... Kein Frieden hier, Valdado. Guck mal, hinter dir ist gerade eine Granate. Ja, und? Warum schlägst du mich? Warum tust du sowas? Sowas werde ich auch niemals verstehen. Oh, ich habe mich verloren. Nein, nein, nein. Nein. Ist da die Beide runtergefallen? Oh mein Gott, es leckt, ich habe einen riesen gespawnt. Ja, der hat alles kaputt gemacht. Den wunderschönen Garten-Delay. Ja. Weißt du, was der... Alter, was geht hier vor, die Ley? ...gekostet hat? Man weiß es nicht. Ne, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Passiert mich nichts. Ich hätte gerne ein Item, ehrlich gesagt. Wow. Nein. Nein, nein, ich ignoriere jetzt einfach alles, was hier passiert, bis ich ein Item habe. Also, Ursat zerstört sich hier selber. Für alle, guck mal, ich habe Morado, mich und dich zerstört. So, guck mal, ich habe ein Item. Wenn das nicht mal gebalanced ist. Ursat, komm mal her. Stell dich mal da hin. Danke. Kein Ding, kein Ding. Okay, alles ja gut. Was? Alter, es leckt bei mir wie... Okay, jetzt geht es hier. Immer wenn irgendwas aktualisiert, leckt es. Ja. Du standst einfach mitten im Loch. So, okay. Wir müssen strategisch alle ausschalten. Ja. Ich finde es außerdem nicht gut, wie ihr hier mit dem Baum umgeht. Warte, wo ist Morado? Wo ist Morado? Er ist oben. Nein. Ja. Ihr findet mich nicht. Sehen. Oh, er hat einen Roku-Consher. Nein, nein, ich habe mich selbst zerstört. Ja, ich bin auch gestorben. Dabei. Ups, 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 Ups. Oh, nein, aua. Warum tust du das? Ich hasse dich, Morado. Ich hasse dich heute. Warum hast du mich? Oh, guck mal, ein Schaf. Ist es süß? Ist es gespawnt durch meine... Schafe hasse ich auch. Das ist mein letztes Leben. Ich möchte es nicht verlieren. Oh, Usav, ich habe dir den Smash abgegeben. Nein, ich bin tot. Oh, ich muss nur noch Usav finishen. Spektate. Geil, nur noch mich? Was denkst du eigentlich, wer ich bin? Mein nächstes Opfer bist du. Ja, gut, dann, wenn Delay jetzt gewinnt... Tschüss. Dann hat er das ganze Match gewonnen, weil er gerade eben war natürlich unentschieden, weil es sehr gebalanced aussah. Genau. Und Delay hat dieses Match gewonnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut bei den beiden vorbei, bei Usavt und Delay sind beide in der Beschreibung. Und, ja, Usavt, abschließende Worte. Ähm, ja, Delay heißt gar nicht Delay-LP, sondern er ist immer noch Endergames. Ich habe gedacht, er heißt Langeweile-LPs. Ja, das ist Endergames-LP. Man streitet sich noch in den Fachkreisen. Ach so, okay. Ja, gut, dann tschüss. Tschüss.